Thank you so much. Ach, mein Gott, drücken wir heute auf die Tränendrüse. Muss aber zwischendurch auch mal sein. So, ich versuche jetzt wieder ein bisschen was Stimmungsvolleres zu machen, um mich auch ein bisschen zu erwärmen. Weil ihr müsst wissen, ich komme aus Afrika. Da bin ich anderes Wetter gewohnt. Übrigens selbst geschossen. Nein, alles 100% Polyester. Alles unter 25 Grad ist für mich tiefster Winter. Die nächste Nummer kennt ihr höchstwahrscheinlich nicht. Sie ist irgendwie sowas wie brandneu. Die Nummer ist von mir. Der Song heißt Finally. Für alle, die den Song gerne hören, kaufen möchten, können das gerne online tun. Die, die es auch hören möchten und gerne klauen, wie immer, sie wissen auch, wo sie es tun. Oder? Kann man ja eh nicht ändern. Wir tun jetzt natürlich alles, als würden wir sowas nicht tun. Song heißt Finally. Und ich bin mal gespannt, wie euch die Nummer gefällt. Ich bin ja so ein bisschen old school. Ich liebe die 80er Jahre. Und da habe ich so eine tolle Melodie bekommen. Nobody said it was gonna be easy. I knew the price would be worth a fight. Und da habe ich schon gedacht, das machen wir in 80er Jahre Style. Nein, wir müssen das ganz modern machen. Ich habe gesagt, ich bin hier die Diva. Und es wird gemacht, was ich sage. Maestro, drück drauf. Ich bin auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020